Ich bin sicher, es wird schwierig. Köln spielt mit Intensität, mit einer guten Organisation. Ich habe Vertrauen, weil wir in diesem Moment gut sind. Ja, Modest ist ein fantastischer Mittelstürmer, er hat viele Torschüsse in dieser Saison. Er ist sehr, sehr gefährlich. Sie haben schnellere Spieler und Modest ist sehr, sehr gefährlich.